Schon in den 60er Jahren verlegte der gebürtige Leverkusener sein Atelier auf die Straße. Erklärt das Happening zur Kunstform. Kurz entschlossen betoniert er seinen Opel in eine Parklücke in der Kölner Innenstadt ein. Als ruhender Verkehr erhitzt der Betonklass seitdem die Gemüter. Damals unverstanden, heute feiert die Kunstwelt und nicht nur sie, die Vielseitigkeit des Altmeisters. 4.500 Fastell-Grafiken druckte eine Tageszeitung und knapp 8.000 Kunstbesessene kamen herbeigeeilt, ließen sich das 60-Pennig-Teuer-Kunstwerk signieren. Das Wichtigste ist, was wir aus der Kunst von heute lernen können, eine Selbstachtung, eine Selbsterziehung und Schönheit durch Erkenntnis. Erkenntnis über die Welt, in der wir leben. Mein Munch wäre, dass die Politiker und die Menschheit die Menschenrechte und alles, was mit den Menschen zu tun hat, so heilig behandelt wie Kunstwerke. Er selbst betrachtet sich als Werk- und Materiallieferant, mehr nicht. Für seinen heutigen Garten der Lüste komponierte der Pionier der Happening-Bewegung eigens eine Oper. Und die Kölner schienen beeindruckt. Und was das mit den frischen Salatblättern soll? Das ist mehr als ein Tagesthema. Das ist ein Lebensthema. Lebensthema statt Tagesthema. Wie jeder Happening-Künstler, so hat auch Wolf Vostell Rezepte für seine Fans. Zu seiner Arbeit Autofieber etwa gibt es eine Handlungsanleitung für das Publikum. Das soll, wenn es zum Kunstgenuss genug hat und nach Hause geht, seine Temperatur messen. Notieren Sie diese auf einen Zettel, heißt es, mit Datum und Uhrzeit. Legen Sie diese Aufzeichnungen auf einen Teller, auf den Balkon oder das Fenster bis zu Ihrem nächsten starken Fieber. Dann zerstören Sie den Teller. Scherben bringen Glück. Das Wetter.